Willkommen zurück auf dem Schlachtfeld! So, wir fahren heute mit dem M24 Sheffy. Für die Leute, die es mir nicht wissen, ich bin der Green Niko oder der Scrim. Gut, wir spielen ja gerade leichter Panzer, Aufklärungspanzer. Wir sind ziemlich hohen Tier reingekommen, das jetzt nicht so toll ist, aber ja. Ich versuche jetzt dieses Let's Play möglichst kurz zu halten. Dann mache ich gleich noch drei weitere, die werde ich dann schon mal vorrendern und euch dann hochladen. So ist. Ich will sie kurz halten, weil ich sie alle mit Camtasia rendere. Camtasia rendert nicht ganz so gut, aber rendert mit sehr viel Qualität. Also man hat auf jeden Fall sehr viel Qualität mit Camtasia, aber man muss halt sehr viel rendern. Die werden wieder keine Mann sehr, sehr groß und das finde ich nicht ganz so toll. Ich traue mich jetzt hier mal noch. Warte, guck mal, ich bin der Aufklärer aus. Bis nach vorne. ... ... ... ... von ... Wir haben nicht den Arm hervorgetreten! Wir haben nicht einmal getroffen! Wir haben nicht einmal getroffen! Wir haben nicht einmal getroffen! Nicht schlecht! Ich bin jetzt scarpet! Wir müssen den Munitionsschlag erzielen! Wir haben nicht getroffen! Wir haben den Treffer! Schaden! Schaden! Oh! Das war jetzt nicht gut! Ja! Das war ein kleines Let's Play! Ein kleines! Und wir sehen uns gleich wieder! Ich nehme jetzt gleich noch ein zweites auf! Bis denn! Ciao! Hallo und herzlich willkommen! Zu einem neuen Let's Play World of Tanks! Auf meinem Kanal! GreenNikoTV oder Screen! Offiziell! Ja! Das ist jetzt glaube ich die 33. Folge! Oder 34! Und ich spiele wieder leichter Panzer! Den T71! Und wie ihr wisst! Die Karte mag ich ja nicht ganz so gerne! Aber ich habe jetzt mir hier schon ein bisschen was rausgesucht! Wo ich jetzt hier gut scouten kann! Beziehungsweise auch ein bisschen Schaden machen kann! Ihr wisst! Also die meisten die jetzt World of Tanks kennen und sehr oft spielen denken jetzt bestimmt was ich hier mache ist scheiße! Weil eigentlich nur die Heavys lang fahren! Aber! Aber! Die anderen Heavys wollen ja alle dort! Ah! Da fahre ich nochmal hin! Wollt ihr häufig sehen! Wir wollen alle! Dort hoch kommen! Fahren! Und da kann ich so gut aufscouten! Und! Weg da! Das ist ein... Oh! Okay! Das ist doch eine scheiße Idee! Okay! Ich gebe alles wieder zurück! Das ist doch total scheiße! Das ist doch total scheiße! Wir versuchen ihn zu schaden! Wow! Locker, locker, locker! Ich bin nicht hier um euch zu schaden! Also bis jetzt! Wir sind fertig! Alle, weg! Oh! Das war wieder ein kurzes Let's Play! Naja! Das war der Wett-Chat, der mich erledigt hat! Ich habe ein Trommel-Magazin! Sechs Schuss, glaube ich! Und ist drauf ausgelegt zu scouten! Und auch vieles! Und sehr viel Damage zu machen! Gut! Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Let's Play! Bis denn! Ciao!